Es gibt zahlreiche Herausforderungen beim Einsatz von KI-Systemen in der Hochschullehre. Eine davon ist, dass Sprachmodelle keine Wissensmodelle sind. Das heißt, sie produzieren zwar gut klingende, aber manchmal inhaltlich falsche Texte. Außerdem stellen sich einige rechtliche Fragen, beispielsweise im Bereich des Weberrechts. Wem gehören eigentlich die Texte, die KI-Sprachsysteme erzeugt haben? Außerdem müssen datenschutzrechtliche Fragen geklärt werden, denn oftmals werden die Systeme von beispielsweise US-amerikanischen Unternehmen zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus müssen wir uns auch bewusst machen, dass KI-Sprachsysteme von Unternehmen vertrieben werden, die auch bestimmte Geschäftsmodelle haben. Gegebenenfalls wurden die Sprachmodelle auch trainiert von Menschen in prekären Arbeitssituationen. Das heißt, gerade an Hochschulen müssen wir uns auch Wertediskussionen stellen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020